Hallo meine Freunde, ich habe soeben mein neues Video fertig editiert. Es ist ein sehr kraftvoller Websong von Jeschke und ich habe das ein bisschen unterlegt mit Videomaterial. Gruß an Jeschke und ich wünsche euch viel Spaß. In uns haben die Maschinen eine Energiequelle gefunden, die ihren Bedarf mehr als liegt. Die anderen Felder haben gelegt, Neon, ein großer Felder. Menschen werden nicht länger geboren, sie werden gezüchtet. Weil der Atom war, was euch der Bruder in Euthanasie ist. Und weil die eigentliche Schweinegrippe Leute verbiegt, ist der eigentliche Grund einer solche wie dieser. Das nach der Pest, diese Lüge, eine solche zu fiebern, weil Farmer zäulen viel lieber. Die Kohle für sich wollen, produzieren sie Propaganda, somit Opium fürs Volk. Koks für die Gedanken, für die Psych-Heroin. Vorne rum auf Nächstenliebe, hinten rum auf Genozid. Weil Rebellion ein Wort ist und die Taten nicht folgen. Zeit ihr heute stille, leise atmet, gasige Wolken, weil Korruption und Diktatur bis heute bestehen. Bin ich nicht bereit und kann dir nichts von Freude erzählen. Weil Extremisten über Leichen gehen wie Kriegsgefangene. Besteht die Säule der Gesellschaft aus Lügnern wie die Liebesbande. Und weil keiner von euch Gleichgewicht wollte, kann es in dem Land hier nicht so sein, wie es sollte. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit. Wir müssen nachdenken und zusammen agieren. Es ist der einzige Weg. Smells like J-Spirit 2013. Die Welt steht immer noch. Und wenn du denkst, ich sei hier nur um Scheiße zu labern, dann bitte seien Zahn am Rad und lass dich weiter versklaven. Mir geht es hierbei nicht um meine eigene Nase. Ich zeig euch lediglich die Welt, als wäre ich Reisebusfahrer. Eigentlich schade, dass die meisten der Menschen es begreifen, aber leider nicht bereit sind zu kämpfen. Nein, danke, ich will lieber sterben, bevor ich wie ein Smartphone damit starte, Android zu werden. Wir sind verkabelt, hängen geschläuchten an den Medien und wollen allen Ernstes dieser Heuchelei noch leben. Ich bin mir sicher, so kann es nicht gehen. Wir müssen springen, während andere stehen. Und nur dafür bin ich hier. Nur dafür. Ich will einen Horizont kreieren. Einen neuen Horizont. Du kannst das Auge nur besiegen, wenn du ein Auge auf das Auge wirfst. Ich sah, wie sie die Toten in Flüssigkeit auslösen, damit die Lebenden intravenös ernähren. Und als ich da stand und diese erschreckende Präzision sah, wurde mir die Wahrheit schlagartig bewusst. Was ist die Matrix? Kontrolle ... ... ... ...